ein moin und ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folg hier auf der ostseeküste im projekt 2 gegen 1 mit mir und dem lieben ostradiv wald moin und die lieben haben alle schön gut zu sparen pressen war wir haben 31.000 euro auf der hohen kante auf der ganz hohen wasser wir sind an den ernte von der sonnenblume aber das ist nicht mehr lange händen was seid ihr machen meist passion das dauert ein bisschen ist das die 7 ja alter das dauert noch jetzt 12 bis 20 gut ja gut ist der günstig junge so dickfett plus machen und wir hätten sehr viel ps mehr würden wir den 39 abgeben wir könnten ihn sogar komplett auflocken aber das problem ist nur mein ist nur das wirklich ist es wirklich nur das sonst würde ich ihn kaufen mein fendt hat 60 Auf Wiedersehen. so schockt das ding schon 380 ps für komplett ausstattung für 214 tausend euro es hat mich eine komplette ausstattung für wie viel hast gesagt 214 6 erd runter scheiße gut ja wir brauchen keine zwei so fette schlepper ich jetzt ich weiß nicht ob ich mir den kaufen sollte es würde mir noch plus machen wenn ich den jetzt zum beispiel auf 310 ps lasse aber der fans der fans kommt höher bin ich der meinung der fan ja der fan kommt definitiv höher der fan kommt um 430 ps glaube ich nicht der meinung ja 415 60 km hat nie also der radlader wäre auch übelst günstig habe ich nicht wir werden jetzt mal gucken für ein auftrag das wird sich nie ausgeben muss man ganz ehrlich sagen die könnte man jetzt durchziehen werde ich aber das problem ist wieder aber man hätte hoi das war ganz ehrlich sein und hätte boy feld 40 mal gucken gehen leute was wir wo wäre 40 bei der karte ist ja nicht gesplittet oder fabi felder und wiesen das heißt gesplittet die zahlen 40 gefunden es wäre direkt am hof am händler die 41 wäre auch glaube ich gleich niemand wenn man die beiden aufträgen mit machen und man würde extrem viel ball rauskriegen plus 2 43.000 euro ach wäre das wäre das kein heu dann würde ich das mal machen aber ich bräuchte heu meine das wäre schnell gemacht sondern ganz ehrlich sagen hier und dann die beiden aufträgen vertrag als ob die oder einer davon ich wusste es so leute ich wusste es so dass das passiert ich habe mal wieder vertrag geräte ausleihen und der vertrag ist weg alles was ich will akzeptieren geht weg die presse ist die scheiße leider muss man das sein der nutzer nicht nichts nutzt nee jetzt jetzt ist der zucker bewahren mit mit dings so boah scheiße das wird ich weiß wir können nichts tun oder können wir jetzt gleich aussehen leute das können wir noch passieren was im november aussehen ja geht sogar wat äh agargras genau das wo wir dich aussehen ach schade saadzeitpunkt agargras perfekt doch dann fendt komm her wenn ich das nicht verwenden will äh fabi äh die zwischengassen fahrt ja dann muss ich dann musst du gar nichts machen muss ich das einfach auf manuell lassen ja also das einzige was ich machen muss glaube ich dann einmal mit der maus da rein klicken und den ton ausschalten weil das problem sonst wäre du hast die ganze zeit zum piepen ja ja hab schon reingeklickt mal gucken ob es gut ist äh agargras hab ich drinnen Leute kommen wir jetzt mal hier hier sechs meter haben wir ja zeiglinien an Leute sehr sf so glatt flüten schubert Ich habe nicht gewusst, dass die Kamera aussehen kann. Oder? Das heißt, wir haben hier. Ich habe das Gefühl, dass diese Kamera aussehen kann, wie sie die Kamera aussehen. wir könnten allenfalls gucken leute obwohl das dass ich möchte das nicht tun aber wir können mal gucken leute nur mal so könnten wir gucken was der wert ist 20 prozent kommt drauf oder 123.000 okay wir können ihn kaufen oder werden wir halt wieder geld bei null leute aber wir könnten den new holland kaufen ohne unser fan zu verkaufen einfach unsere lkw verkaufen aber ich weiß nicht dass das so viel sinn macht aber man muss ganz ehrlich sagen leider muss ich was über den über den lkw rauslassen habe ich nicht so ganz bedacht damit der kann nicht andrillen wenn das feld nur eine minimale steigung von zwei prozent hat kann er schon nicht mehr andrillen als das einzige wo der lkw gut ist ist nur für den transport und das weiß ich nicht ob er er so rentabel ist leute weil ich habe sogar das ist das letzte feld mit ackel gras wo wir ansehen oder nee wir haben noch ein drittes feld ja ich bin ich der meinung noch ein drittes feld wir machen ja das kleine hier unten oder wir haben dann zwei wir haben dann zwei größeres und mittleres oder so so ich bin im baum gelandet alter Gut, da bist du gerne, ne? Die Sähmaschine seht nur hinten an. Kennen wir irgendwo, ja. Die gleiche wie eure. Ne, nicht von der Sähmaschine kennen wir das. Ja, aber ich glaube ihr habt doch auch die Lärm können, oder nicht? Ja, haben wir. Aber damit hatten wir das Problem bis jetzt nicht. Doch, doch, sie seht nur hinten. Ja, ich sag gar nichts angesehen hinten. Ja, stimmt. Nein. Aber meine lieben Liebenden, ich würde schon wieder sagen, wenn es euch gefallen hat, Like nicht vergessen. Abo lassen. Und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.